hey leute und herzlich willkommen bei einer neuen folge von minecraft mineplex pvp arcade mineplex und so ja hallo schalom wir nehmen der standard kit wie immer ich meine ich finde die anderen kids auch gut aber nie das tnt kit mag ich gar nicht das eigentlich recht praktisch aber ich habe ja kein ultra muss ich mir demnächst auch mal holen mein black hat jetzt auch was hat man gleich ich bin heute irgendwie total verpeilt ja also sorry leute ich war gar nicht bei der sache also es gibt jetzt einen neuen spielmodus der so ähnlich wie heidens sieg aber der heißt anders und ich habe den jetzt noch nicht angezeigt weil ich habe ihn irgendwie gar nicht gefunden also der hat jetzt noch kein extra platz oder so wo man den scheuen kann deswegen ich hätte den ja gern aufgenommen aber wahrscheinlich beim nächsten oder übernächsten video wird das dann kommen und da hinten kommt der douglas zwei eins los nein nein ich bin so behindert ich meine wie kann man den ersten sprung einfach nicht schaffen ich bin ja das war jetzt nicht so gut würde ich jetzt mal sagen ja ich würde jetzt einfach sagen wir sehen uns bei der nächsten runde bis gleich so und da sind wir auch schon wieder diesmal eben wieder auf der anderen map und ja nein ich habe ich habe okay ich werde ich werde jetzt schon sterben ich habe den kompletten anfang verschissen und ich bin sowas von am arsch schau in letzter zeit schaffe ich diesen behinderten sprung einfach nicht mehr weil ich einfach zu gestört bin spring doch du dumme schwein ja perfekt die abkürzung genutzt würde ich jetzt mal sagen so und dann rüber über die pyramide und rein in das loch so ich höre ihn so verdammt laut gerade über meine kopfhörer entweder habe ich die so laut gestellt aber weil mein micro sound ist eigentlich sehr sehr leise eingestellt und darüber und bitte ja perfekt jetzt habe ich den sprung hier auch noch geschafft nein 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 wohin ich kenne mich nicht mehr aus ok weiter ich höre ihn die ganze zeit so verdammt laut aber ich habe ehrlich gesagt hier gerade keine ahnung wo der ist ich habe die runde auf jeden fall gewonnen und ja ich würde sagen eine mache ich noch bei zwei runden finde ich immer so ganz ok ich kann das video jetzt auch nicht allzu lange machen da derzeit einige leute im internet sind und ich das ja so schnell wie möglich hochladen möchte aber dafür kommen jetzt nächste wieder viel mehr videos ich habe einfach gerade derzeit nicht so zeit ich meine ww ist jetzt auch ein bisschen schuld weil ich in ww jetzt echt derzeit schon wieder total am zocken bin aber ich werde trotzdem mich bemühen zu viel videos wie möglich hochzuladen also jetzt weg ich auch wieder jeden tag eins ich meine ich habe jetzt auch nur gestern ausgesetzt und ja wir nehmen natürlich wieder die jumper klasse und ey das sind zu wenige spieler drin ich muss mir wohl eine neue lobby suchen ähm dragon escape gehen wir mal hier rein ja ähm server und so weiter steht natürlich in der beschreibung wir wollen ja hier nichts vernachlässigen oder sonstiges und ja dann außerdem danke für 65 abonnenten ich das geht so schnell und ich finde es echt super geil ähm dass wir jetzt schon so groß sind also ich meine wenn man das jetzt mit großen youtube vergleicht ist das jetzt nicht viel aber für mich persönlich also für mich als person persönlich ähm ich habe zu viel persönlich gesagt aber ähm ist das wirklich der wahnsinn und ja den anfang habe ich jetzt aber wirklich versemmelt und ok ich werde sterben geil ok 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 nein du glas ich habe dir doch nichts getan jetzt die abkürzung ich muss jetzt sofort rüber über die und ja ok ich habe jetzt endgültig verschissen moment da rüber und da ok ich habe jetzt wieder ein bisschen was damit jetzt aufgeholt schätze ich jetzt einfach boah ich bin so verwirrt in letzter zeit ich ich bekomme nichts mehr auf die reihe so rüber da jetzt und rein ne ich glaube es ist schon zu spät dass wir jetzt überhaupt erstmal hier in der pyramide sind ich hätte ja gern noch die andere map gespielt aber ja ich sollte erstmal auf der mal gewinnen bevor ich noch andere map spiele und oh man das finde ich jetzt ehrlich gesagt schade ach ja ähm noch eine kleine anmerkung facecam ist in diesem video jetzt nicht ähm weil ich hatte jetzt einfach keine lust auf facecam und mich wieder herrichten und so und zeug ja dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video wenn es euch gefallen hat dann lasst doch eine bewertung da würde mich wirklich sehr sehr freuen der hannes hat gewonnen wir sind jetzt fünfter ja auch nicht so schlecht oder ja ich würde sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin haut rein und ciao